Willkommen zu unserem Minecraft Let's Play Part 8 und diesmal werde ich mal versuchen gar keine Kraftausdrücke zu verwenden. Also nicht böse Wörter zu sagen, sage ich es mal so. Und ich versuche Skeletons auszuweichen. Nimm das! Ich habe letztens mal ein Video gesehen wie Notch Minecraft spielt. Sehr interessant. Also der spielt das auch wirklich gut und so. Er springt ja auch immer so, weil das so kritischer Schaden macht. Nein, ich will nicht verrecken. Das möchte ich nicht. Soll ich vielleicht mal mein Schwert zucken, dass ich nichts habe? Habe ich ein Schwert? Nein, habe ich kein Schwert. Habe ich kein Schwert! Gutes Bitch! Spinne! Nein! Obwohl, ich brauche einen Bogen. Au! Critical Damage! Ja, da haben wir mal wieder was von Notch gelernt. Ich werde es jetzt übrigens auch machen. Also Crow-like spielen. Immer so springen und dann zuschlagen. Das macht nämlich mehr Damage. So, ja mein Skin habe ich geändert. Habe ich verändert. einen blauen Krieger Zeugs. Moment, jetzt seht ihr die Hand. Ich finde, die ist mir ganz gut gelungen. Aber wir wollen ja jetzt ein lecker lecker Schwert machen. Schwert? Ja, äh, Eisen wäre da gut. Wir haben sogar welches. alles. Das nehmen wir auch gleich mit. Und bauen uns ein Schwert. So. Ich muss mal hier eine Mine bauen, glaube ich. Ich muss hier mein Haus auch mal verschönern. Das ist ja grässlich. Gott. Hm, wie mache ich denn das? Das ist denn so. So, Axe, du kommst zum Einsatz. Lies mal nicht zum Grieb ankehlen. So. Ist da jemand? Ah ja, hallo. Hallo Schwert-Tester. Zack, zack. Boah, richtig Pro-like, wie ich das hier mache. Ich weiß, ich bin richtig gut. Not. So, Treppen dürften wir auch leicht craften können. So. Dann haben wir acht Treppen. Ich mag es immer, die Häuser schön groß zu bauen. Nicht so drei Blöcke hoch, sondern so. Ich würde mal sagen, die sind größer. So. Bei mir selber haben wir jetzt übrigens einen Weihnachtsmann und einen Schneemann. Die sind gegrieft worden. Ja. Gut. Ähm, in solchen Momenten denke ich mir auch nur so, ja, wir bauen die für euch und ihr grieft sie. Das haben wir falsch gemacht. Aber am Ende waren es dann so, äh, ich will jetzt nicht sagen, minderjährige, aber so zehnjährige, die gerne griefen. Also ich habe mal so eine Tabelle gemacht, ähm, wo ich aufschreibe, falls ich es natürlich weiß, ähm, wie alt der Griefer war. Ja. Und diese Liste ist mittlerweile so voll, dass ich mit Sicherheit sagen kann, dass 80% der acht- bis zwölfjährigen irgendwann mal griefen werden auf deinem Server. Ja. Und da bin ich zu dem Entschluss gekommen, ja, äh, die müsste man doch bannen. Aber da habe ich mir gesagt, nee, das ist mir zu böse. Ich meine, so böse bin ich ja nicht. Und nicht alle zehn bis was weiß ich wie viele sind halt so. Deswegen habe ich es mal gelassen. Aber es nervt mich wirklich, dass wirklich nur diese Kinder üben. Au, au. Wehrwölfe sind scheiße. Zu verstanden, zu verstanden. Nein, keine Ratten. Nicht wieder Ratten. Verdammte Scheiße. Oh, fuck. Ach, scheiße. Jetzt habe ich mein... mein Nicht-Fluchen... habe ich vernachlässigt. Aber das macht ja nichts, solange wir diesen verfickt... äh, diesen netten Wehrwölf killen. Wo sind die Ratten eigentlich hin? Komm schon. Ach, die verrecken gerade elendig, weil sie im Wasser sind. Ha. Boah, scheiße. Er kommt mir immer zu nah. Critical Damage. Zack. 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 Boah. Seht ihr diesen Skill aufblühen? Nicht? Dann... taubt euch meine Brille. Boah, scheiße. Äh, ich meine natürlich, äh... Blöd. Oder so. Jawoll! Getötet! Yay! Und jetzt... Schauen wir mal, was die Ratten so gedroppt haben. Wo sind sie denn? Ach, sind die oben verreckt? Ne, das kann ja nicht sein. Auch noch ein Wehrwolf. Ähm, gut. Das machen wir... Oh, der kommt schon auf uns zu. Nimm das! Verfickter Wehrwolf! Nimm das! Oh man! Stirb doch! Bitte! Boah! Könnten sie bitte sterben? Komm! Nein! Ich muss den jetzt noch töten, bevor er ein Mensch wird. Oh, jetzt ist er ein Mensch geworden. Seht ihr? Das ist jetzt ein Mensch. Okay. Ich hoffe, hier sind keine bösen Fische. Ah, da sind ja die Ratten. Seht ihr das? Options, Trolls, nein. Video setting, right. Hab ich schon. Da sind zwei Kohlestübchen von den Ratten gebrockt. Also ich weiß nicht, warum es Notch so gemacht hat, dass die Monster so dumm sind und einfach mal tauchen gehen. Bis zum Abwinken und halt verrecken. Aber, ähm, das will ich jetzt auch nicht recherchieren. So. Wir essen mal ein bisschen was. Und... Was machen wir dann? Die ganzen Schwerter da mal abladen. Ich hab genug von denen. Ah, ja. Hier, ähm, dieser Mod da mit den Wehrwölfen und so. Der heißt übrigens MoCreatures. Und... Ich baue das hier mal ein bisschen um, weil das... ...Sheet aussieht. Was? Wo ist das Holz hingegangen? Ach, da ist er. Gut, ähm... Das, äh, kann ich jetzt nicht besser machen, als das hier nochmal abbauen. Und... Ja, ihr wisst wahrscheinlich schon, wie ich's machen will. Ähm... So... Sorry, wegen dem Schnitt hier, aber es gab kleine Probleme. So, machen wir weiter. Aber erstmal müssen wir Holzfarm gehen. Habe ich überhaupt Setzlinge? Ja, zwei. Dann mach ich's ja mal irgendwo hin. Setz ihn hier. Und... Da. So. Ich liebe es, das Gras abzuholzen. Aha. Das macht so einen Spaß! Nicht wirklich. So, ähm... Holz ist da drüben. Und wir holen es uns. Geku? Uh. Wow. Das ging schnell. Oh mein Gott. Ist das nicht die Stelle? Die Stelle des Todes? Oh mein Gott. Hier bin ich so oft verreckt. Nun hat es es ein... Dreimal. Ja, war nichts mehr mal. Aber hier ist doch ein spawner. Ein fieser Spawner ist ja, ja. Ganz fies ist der. Guck mal, wie der brennt. Ist ja nicht mehr normal. Naja. Lassen wir ihn mal spawnen. Der macht ja auch nur seinen Job. Was spawnt der eigentlich? Was? Was ist das? Oh nein, nicht Skeletons! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Scheiße! Ich will nicht wieder verrecken an Skeletons. Ich meine, ich habe ja auch... Habe ich auch hardcore gestellt? Ja, hart. Ja. Total hart. Oh mein Gott! Eine Maus! Ich habe sie getötet. Oh. Wollt ihr mich jetzt verklagen? Ja. Ach. Es gibt jetzt zum Glück keine Baby-Animals. Ansonsten würde ich die ja töten, gell? Ach. Auch die Ahnung aus. Ja. Ähm. Da ist auch schon ein... Pferd. Sieht irgendwie komisch aus. Naja. Also, die Beine so. Hm. Naja, äh. Gehen wir mal auf Menschenjagd. Guten Tag. Ey. Ey. Guck mich an. Ey. Hast du... Hast du schon Dachen gehört? Ey. 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 Der läuft einfach weg. Das gibt's doch nicht. Jetzt kriegst du aber einen auf die Fresse, man. Das ging schnell. Zack. Zack. Töten! Du kannst einfach Oh my God. Mein Ficktes Inventar... Ähm kleinen Inventar ist voll. Nimm das All des Todes. Höch. Todes Ess. so jetzt haben wir wieder mächtig viel platz für gar nichts weil wir nicht wirklich platz gemacht haben rechtsklick was geht rechtsklick geht da nicht mal na gut wenn ich voll bin dann kriege ich auch nicht mehr essen in mich rein schon logisch muss ich sagen und die Leichen bereit zu sterben und wir können mich nicht mal hallo wie geht's hat klar Auer und was geht ich hab dir nichts gemacht Pfff what the fuck what the fuck oh mein Gott okay das war irgendwie schlecht naja legen wir mal den Speed ein da ist nämlich auch schon eine Spinne der möchte ich nicht begegnen oh mein Gott eine Spinne Hilfe ich hör sie doch ich hör dich doch auch die war unter der Erde wie will man eigentlich das hören mein da ist kein Loch oder so wo man dich schreien könnte naja ähm Minecraft ist ja so ein logisches Spiel das wollte ich nur mal gesagt haben so gehen wir wieder zu unserer kleinen Insel nein das ist keine Insel das ist so ein Halbinsel würde ich sagen hui oh mein Gott das ist eine Insel nimm das Kuh des Todes du bist dem Untergang geweiht den Untergang seh dein Schicksal ins Auge Kuh das sag ich euch das mal so sind wir bald da hoffe ich so om nom nom dirt gegessen so nimm das nimm das man lauf doch mal die machen so einen geilen Sound ey das ist ja ungeheuerlich mhm letztlich so da hinten war waren die Tigerkatzen was auch immer ach und hier liegen auch weit verstreut meine Gegenstände sieht lustig aus finde ich so wie sammelt man die am besten auf mache ich so Speed aufsammeln jetzt seht ihr wie ihr am schnellsten Items aufsammelt mhm das ist sehr wichtig in Minecraft das muss einfach mal so gelernt sein ansonsten ja kann da ganz Schlimmes passieren mhm ja so Kupotjob erstmal zur Belohnung dass wir so viel Items tragen können om nom 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 so perfekt Hunger aufgefüllt oh ich hasse diese Teile ich hasse sie einfach nicht weil die so hässlich sind oder scheiße sind sondern weil die einfach einen blöden Sound abgeben so mhm ihr hört es ja selbst mhm es ist so scheiße der Sound der ist so scheiße ja das Baby habe ich getötet was wollt ihr jetzt machen in den Kommentaren schreiben dass das Video blöd ist oh ok ähm Moment äh mach das nicht keine Disclikes bitte keine Disclikes puh das war knapp ähm das machen wir jetzt wieder nach Hause gehen oder ist noch Zeit schauen wir mal in den Himmel ähm keine Sonne tja ähm ich glaube die Welt geht gleich unter ohne Sonne ähm geht die Welt unter Holz hätten wir jetzt auch ein bisschen mehr wieso war da zwischen äh ich glaube das war ein Animans jetzt haben wir aber genug Holz oder ja denk schon und da hinten ist ein Hoppel der ist hier die Hoppel der ist hier guck mal wie fröhlich die sind och ist ja witzig hier rumhoppeln komm ich hoppeln mit hoppel 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 was für Synchronhoppeln hier es geht ja voll ab hm du diesmal tötig sind wir nicht gell weil die so putzig sind da ist ein so putzig ja ähm Witz an der Seite ähm da ist ein Schwein das töten wir mal ah ja vorher hatte ich vergessen apropos Holz zu sagen dann sag ich halt jetzt äh guck mal da meine Hütte ist aus Holz apropos Holz letztens ähm oh Moment das wollte ich jetzt nicht letztens auf meinem Serra ja wieder eine Geschichte von meinem Serra da ähm war einer so lustig der hat da einen Shopping gemacht also normal so 10 Hoppel sind ein Mafi ja die Einheit ist ein bisschen lustig aber egal auf jeden Fall äh hat er da einen Shop gemacht wie gesagt normalerweise so 10 Cobblestone sind ein Mafi und der macht einfach so einen Shop hin mit 60 Bud für 5 Mafis ich meine das sind äh 100 irgendwas an richtigem Holz und der macht da einfach für 5 Mafis what the fuck also farmst du so keine Ahnung so 50 Cobblestone und dann hast du 100 äh Moment ich bin Mathe Leistung aber ich weiß das gerade nicht irgendwas mit 100 Holz das ist ein bisschen dumm also die Umrechnung war echt blöd na gut so jetzt kommt die Nacht die Böse Böse Nacht oh was das ist dumm ok neuer erneuter Versuch eine Treppe zu bauen und wieder fehle ich what the fuck so und von hier oben hat man einen wunderschönen Blick auf die Landschaft guckt mal wie schön diese Landschaft ist einfach mal Chunks werden hier reingeschnitten wunderschön oder also hier das ist echt schön aber da oh guck mal zack Viereck hallo Wasser na ihr versteht schon ja so brauchen wir mal unsere Buhle zu Ende wenn wir das können ja und dann würde ich mal sagen war es das für den Part bis zum nächsten Part